Musik Gut, vielleicht ein bisschen Geschäfte noch fehlen, aber im Moment sind wir ja noch versorgt mit Bäckerei und ein kleines Lebensmittelgeschäft ist ja noch da und eine kleine Metzgerei, was auch toll ist. Wir haben eine tolle Wirtschaft, das ist natürlich für den Ort sehr toll. Die tolle Dorfgemeinschaft, die Vereine, die so zusammenhalten, das sieht man ja am Rockfrühling, dass da so viele Helfer da sind, die alles ehrenamtlich machen. Musik 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 Musik